Hi zusammen, hier ist der Mio und heute ein Video, was wirklich für alle relevant ist. Also egal welche Kamera ihr benutzt, egal was ihr fotografiert und egal welche Software ihr benutzt, um eure Bilder fertig zu stellen und zu finalisieren. Denn heute schauen wir uns ein Bild an, was wir neulich auf Facebook gepostet haben und das hat euch sehr gut gefallen, auf Instagram auch. Und wir überlegen uns, warum, warum funktioniert dieses Bild? Konkret geht es um dieses Bild hier. Da haben wir auch ein Vorher-Nachher präsentiert. Das ist jetzt keine dramatische, sofort sichtbare Veränderung. Es ist eine Summe von vielen Kleinigkeiten, die aber, wenn man sie alle zusammenzählt, nämlich genau den, in Anführungszeichen, großen Unterschied ausmachen zwischen dem Ursprungsfoto, Out of Cam und dem fertigen Foto. Klar, ich weiß, es orientiert sich nicht an der Realität, haben wir in mehreren anderen Videos auch besprochen. Das ist uns nicht wichtig. Wichtig ist es, dass wir Erlebnisse rüberbringen, Stimmung erzeugen. Und das hat bei diesem Bild mit einfachen Mitteln besonders gut funktioniert. Und warum, die Frage kriegen wir immer oder sehr häufig, warum haben wir jetzt genau dieses Stilmittel gewählt und kein anderes? Und wie ist das Bild aufgebaut, dass es funktioniert? Jenseits solcher Sachen wie Drittelregel oder Eckenläufer. Wobei Eckenläufer kommen bei diesem Bild auch vor. Also schauen wir uns jetzt das Bild an und nehmen es Stück für Stück auseinander. Das erste Mal, dass wir so etwas machen bei unseren eigenen Bildern. Und gucken wir uns an, warum das jetzt bei den meisten Betrachtern gut funktioniert. Hier hätten wir jetzt das Vorher-Nachher-Bild aus New York. Links aufgenommen zur frühen Morgenstunde. So fotografiert, dass wir jetzt auf der linken Seite im Vordergrund nichts überstrahlt haben. Und genügend Details sehen können. Tiefe Fotografie-Position für stürzende Linien. Warum, sage ich gleich noch einmal. Aber an dem Tag war das Wetter halt schlecht. Wolkenverhangender Himmel. Und vom Hintergrund her kam schon Licht. Also bei der Kamera und bei jeder anderen Kamera auch mit den Einstellungen haben wir hier mehr oder minder einen relativ weißen Himmel. Wenn wir jetzt hier einfach mit der Belichtung runtergehen, dann kriegen wir so ein bisschen Konturen rein. Aber es wird kein attraktiver Himmel sein. Und der weiße Himmel ist ein zu starker Kontrast zum eigentlichen Motiv, nämlich dem Auto zwischen den Häuserschluchten. Auf der rechten Seite haben wir jetzt hier das fertige Endergebnis. Und die Wirkung ist eine komplett andere. Aber das basiert auf vielen kleinen Änderungen, wie ich das anfangs auch gesagt habe. Und diese kleinen Änderungen und die Bildgestaltung als solche, die gucken wir uns Schritt für Schritt jetzt an. Anstatt das Bild jetzt komplett zu bearbeiten, fokussieren wir wirklich auf diese Prinzipien. Und ich blende dann einfach Stück für Stück eine Ebene ein, um zu zeigen, worum es mir geht. Bei solchen Bildern, wo wir so eine sehr starke Tiefenwirkung haben und ein zentrales Hauptmotiv im Vordergrund und mit den ganzen Linien unten am Bildrand, ist es extrem wichtig, das sagen wir in den Workshops auch immer wieder, wir müssen mittig stehen. Klar, die Autofahrer gucken dann immer ein bisschen blöd, wenn man vor dem Auto rumtanzt, aber die Ampel war rot, Auto hat gehalten, die Lichter waren auch schon an, wunderbar. Also habe ich mich genau auf das Auto gestellt, bin in die Knie gegangen und habe dann so fotografiert, dass das Auto dann auch wirklich in der Mitte ist. Wenn es zu weit links oder zu weit rechts ist, ist die Bildwirkung eine andere und eben nicht so attraktiv. Das heißt, hier habe ich darauf geachtet, Auto ist wirklich in der Mitte, also in der Mitte von der Straße und man muss sich so hinstellen, dass das Auto dann auch genau richtig platziert ist. Neben der Mittigkeit dieses Autos war es mir auch ganz wichtig, dass das Auto im unteren Drittel des Bildes aufgehängt ist. Wäre es komplett in der Mitte gewesen, würde das Bild statischer wirken und dadurch, dass wir die Häuserschlucht haben, der wollte ich dann quasi zwei Drittel geben mit dem Horizont und das Auto dann wirklich schön unten im unteren Drittel erzeugt dann im Bild die Spannung, die ich auch haben möchte. Ich blende die beiden jetzt mal wieder aus und die tiefe Position beim Fotografieren erzeugt stürzende Linien. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber wenn ich mir jetzt dieses Bild anschaue und es ist ganz entscheidend, dass unten so eine Art Zepa-Streifen oder irgendwas mit Only da stand, diese ganzen Linien, bedingt durch die tiefe Position beim Fotografieren, diese ganzen Linien und Buchstaben laufen schräg in die Ecke rein und genau das Gleiche habe ich oben auch. Und wohin zeigen diese Linien, wenn ich von der Ecke aus eine Linie ziehe, die zeigen nämlich genau hier auf das Auto. All das habe ich schon gesehen beim Fotografieren, habe mich auch so hingestellt, dass ich auch diese Linien auch schon wahrgenommen habe und auch gesehen habe, dass die im Auto zusammenlaufen. Das heißt, der Blick wird geführt und ich habe auch hier im Bild oben und unten mit diesen Linien eine gewisse Symmetrie im Bild. Also das war extrem wichtig. Das Konzept dahinter heißt Bonbonpapier, weil ich links und rechts quasi wie so eine Art Schleife habe und das Hauptobjekt des Autos ist wie ein Bonbon, das in Papier eingepackt ist, wo links und rechts die offenen Enden sind. Aber mehr dazu später dann noch einmal im Video. Jetzt, wenn wir uns anschauen, was jetzt im Hintergrund ist, im Original, ich gehe nochmal auf das Vorher-Nachher-Bild, im Original habe ich einfach dort einen weißen Strich, einen weißen Teil und das sieht aus wie ausgeschnitten, da fehlt was, das Bild ist komplett unbalanciert, es wirkt wie ein Loch und das ist nicht attraktiv. Mir egal, ob das jetzt so war oder nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt bei diesem Bild dazu entschlossen, einen Himmel reinzusetzen. War in diesem Fall relativ einfach, weil ich sehr starke Weißtöne habe und einfach nur die Farbe auswählen musste, um die Maskierung hinzubekommen, damit der Himmel richtig schön drauf sitzt. Ganz wichtig, wenn wir so einen Himmel draufsetzen, übrigens das hier war der Himmel, den haben wir in Berlin aufgenommen und ich habe dann quasi einen Teil genommen, wo ich unten ganz, ganz, ganz klein wenig Hintergrundlicht habe und nach oben einfach noch eine kleine dezente Wolkenstruktur. Das heißt, es ist eine leichte Struktur da, es ist aber nicht überbetont. Das heißt, es nimmt keinen Fokus, keine Aufmerksamkeit weg vom Auto. Mir war bei diesem Himmel wichtig, zu den Farben komme ich später noch einmal, dieser Himmel musste in meinen Augen von der Helligkeitsstruktur so sein, dass die Häuserschlucht nahtlos nahtlos in den Himmel übergeht und damit habe ich mit dem Himmel in Verbindung mit der Stadt quasi eine Art natürlichen Bilderrahmen geschaffen. Hätte ich jetzt einen anderen Himmel genommen, wäre die Wirkung eine andere, aber mit dieser Struktur, mit diesem Helligkeitsverlauf hinten, habe ich nämlich genau das geschaffen, dass ich einen Rahmen habe. Außen habe ich es dunkel, in der Mitte hell und es sieht aus quasi wie ein Objekt, was sich um das Auto herum schlängelt. Und das, was ich eben gerade erklärt habe, noch mal hier im Detail, ich habe auch durch eine entsprechende Tonwertkorrektur einen hell-dunkel Verlauf. In der Mitte aufgehellt, da wo das Auto ist, da wo auch die Scheinwerfer sind, die Scheinwerfer habe ich auch noch mal aufgehellt, ich habe ein Flair draufgelegt. Die Scheinwerfer waren zwar an, aber ich wollte sie noch strahlender haben. Und von außen kommend, da wo es dunkel ist, also auch im Himmel und in der Stadt, außen dunkel, nach innen verlaufend wird es dann immer heller und auch über die Helligkeit wird dann damit der Blick ganz klar geführt. Und um diese diagonalen Linien, die von den Ecken kommen und die zum Auto hin zeigen, im Original, gehen wir noch mal auf das Vorher-Nachher, habe ich nicht viel Zeichnung, nicht viel Struktur in den Scheiben, die links und rechts an den Häuserfronten sind. Also musste ich hier aufhellen und Farbe reinbringen. Gucken wir uns das Nachher-Ergebnis im Detail noch mal an. Also links brauchte ich noch mal Licht und rechts habe ich dieses orangene Licht über Marmeladisierungstechniken dann noch einmal herausgearbeitet. Wichtig, wenn wir Fenster haben, müssen die ein bisschen auch den Himmel widerspiegeln. Das sieht man auch hier bei dem Hochhaus. Erzeugt ab und zu Fragen bei Leuten, die sich diese Bilder anschauen. Einfach nur den Himmel drauflegen reicht nicht. Natürlich muss ich die Lichtstimmung im Vordergrund basierend auf den Himmel hin anpassen. Aber wenn ich Scheiben habe, die den Himmel spiegeln, muss ich den Himmel auch mit einer geringen Deckkraft über diese Scheiben drüberlegen. Sonst wirkt es nicht echt. Wobei das hier soll gar nicht echt wirken. Also es wirkt real, aber es hat so ein bisschen Comic-Stil. Aber nichtsdestotrotz, Himmel muss auch in den Spiegelscheiben erkennbar sein. Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich jetzt neben den Spiegelscheiben die Farben, die Lichter entsprechend noch mal herausgearbeitet mit dem Ergebnis. Und das zeige ich nochmal hier an diesen Stellen zum Beispiel, die jetzt orange eingefärbt sind. Dadurch, dass diese Stellen heller sind, mehr Struktur haben und mehr Farbe zeigen, sind das weitere führende Diagonalen, die auch wiederum zum Auto hinzeigen. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Abgefahrenem. Und das ist unser geometrisches Sehen, was wir auch bei den Stadt- und Architekturfotografie-Workshops immer und wieder zeigen. Wenn wir das Bild auf seine geometrischen Bestandteile hin analysieren, analysieren. Wir sehen Quadrate, Kreise, rechteckige Objekte, Dreiecke etc. Und die arrangieren wir so im Bild, dass es passt. Und dann akzentuieren wir diese geometrischen Formen auch über Licht und Schatten und Farbakzente. Wenn wir uns das Auto anschauen, schaut euch bitte mal, das habe ich jetzt nicht verändert, außer dass ich unser Logo draufgelegt habe. Das Nummernschild ist orange. Das Licht des Scheinwerfer, war auch im Original so, ist orange. Das sind so drei farblich gleiche Teile und die aus dem Bild herausstechen und zum Hauptmotiv gehören. Das heißt, wenn ich die verbinde, mach das mal in Gedanken, dann sehe ich folgendes. Also im unteren Drittel des Bildes, mittig im Bild platziert, sehe ich ein Dreieck, in dem ich Nummernschild und Scheinwerfer miteinander verbinde. Das Dreieck ist zwar schön, aber war in meinen Augen nicht die optimale Form, weil es halt nicht komplett symmetrisch ist. Besser wäre es, wenn ich dort eine Raute hätte, also ein Quadrat, was gedreht ist. Und deswegen habe ich im Vergleich zum Original Himmel und im Vergleich zum Original Bild genau hier mit dem gleichen Orangeton eine aufgehende Sonne sozusagen simuliert, die hinter dem Auto auch dafür sorgt, dass um das Auto herum leicht orangenes Licht in die Stadt fällt. Und damit habe ich jetzt nicht drei orangene, helle Punkte, die ich verbinden kann, sondern ich habe vier. Und damit habe ich eine wunderschöne geometrische Form, die genau da ist, wo mein Hauptmotiv ist. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber das schwingt quasi mit dem Bild mit und erzeugt eine harmonische Grundstimmung, weil aus geometrischen Gesichtspunkten das Bild komplett aufgeräumt ist. Klingt abgefahren, aber glaubt mir, so bei fast jedem Bild, wo es möglich ist, denken wir an solche Sachen und bearbeiten das Bild auch entsprechend, damit das richtig schön herauskommt. Ich glaube, wenige in der Branche und bei vielen anderen, die Bilder machen, kommt das so stark zur Geltung wie jetzt bei diesem Bild und bei uns im Allgemeinen. Und last but not least, auch das hat mit der Realität dann überhaupt gar nichts zu tun, Farbharmonien. Viele von euch haben unsere Farbharmonien gekauft, haben dazu geschlagen. Danke dafür. Ich hoffe, das macht euch auch immer und immer wieder Spaß. Auch hier haben wir auf die Zusammenstellung harmonischer Farben geachtet. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt dieses Bild analysiere und ich habe hier schon Änderungen vorgenommen, gucken wir uns gerade noch mal das Original an. Auf der linken Seite, ich habe hier nicht Kraut und Rüben an Farben, es war schon relativ aufgeräumt und ich habe nur wenige Farben, aus denen das Bild als solches besteht. Und rechts habe ich das noch mal krasser gemacht. Also noch weniger Farben und mich auf ganz bestimmte Farbkombinationen konzentriert und Teile des Bildes auch entsprechend umgefärbt. Schauen wir uns das Einzelbild noch mal an. Also wir haben hier ein Orange und der Rest besteht aus einem warmen Grau und selbst das Blau im Himmel wurde entsprechend so eingefärbt, dass es zum Rest passt. Schauen wir uns an, was für Hauptfarben im Bild existieren. Das sind diese Orangetöne und dann diese warmen Grautöne. Das war's im Prinzip. Die Bilder, die aus farbharmonischen Kombinationen bestehen, wirken auch angenehmer, als wenn sich irgendetwas farblich im Bild beißt. Und genau mit solchen Farbharmonien, die wir ins Bild reinbringen, erzeugen wir eine bessere Bildwirkung. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, da habe ich irgendwo noch etwas übersehen. Und in der Tat, ja, habe ich, komme ich gleich dazu. Aber im Vergleich zum Original, ein großer Bereich, den ich umgefärbt habe, war zum Beispiel das Schild vom Marriott Hotel. Das Marriott Hotel als solches hat ein rotes Logo. Und ich habe das Rot umgefärbt, sodass es orange wird. Ein Orangeton, so wie ich ihn auch hier im Nummernschild habe. Damit wird das Bild farblich gesehen reduziert auf weniger Farben und ist in sich ruhiger. Wenn ich jetzt ins Bild gucke, habe ich auf der rechten Seite zum Beispiel noch irgendetwas Rotes. Rot ist eine Signalfarbe und verlangt Aufmerksamkeit. Kann ich jetzt auch dann nochmal korrigieren. Genauso auch links, diese grüne Tasche. Warum? Wozu? Muss jetzt nicht unbedingt passen, wobei das grüne würde ganz gut passen, aber das Rot brauche ich jetzt hier nicht. Denk dran, ich habe jetzt diese Hauptfarben im Bild und wenn ich störende Farben auf diese Farben Gesamteindruck. Hier kann ich jetzt einfach eine selektive Farbkorrektur machen und sagen, bei den Rottönen spiele ich ein bisschen rum, dass es entsprechend passt. Merzian macht es dunkler, weniger Magenta macht es dann Orange, mehr Gelb, das passt. Jetzt dieses Orange ist ungefähr so das, was ich im Rest des Bildes habe. Ich muss dann nur die Maske invertieren mit Steuerung I, nehme einen Pinsel, Taste B und male jetzt weißen Vordergrund Farbe über diese Stelle drüber und siehe da, das Rote ist verschwunden, ich habe ein dezentes Orange und es wirkt dann nicht mehr so aufgeregt. Für die grüne Tasche machen wir das analog, eine neue selektive Farbkorrektur, nehmen wir diesmal die Grüntöne und gucken was wir anstellen müssen, damit das Ganze dann ein bisschen besser passt. so wirkt das Ganze etwas unaufgeregter, mehr gelb und dann machen wir den Schwarzanteil ein bisschen höher und so sieht man diese Tasche fast gar nicht mehr. Und das sind so diese Prinzipien, die wir im Kopf haben, die wir durchspielen, die sind zwar bei jedem Bild anders, aber das geometrische Anpassen, die Farblichen Anpassungen, die Linienverläufe, all das sind entscheidende Elemente, die wir immer und immer wieder uns vor Augen führen, wenn wir ein solches Bild bearbeiten und finalisieren. Hat es euch gefallen? Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das in dieser Form gemacht haben, wichtigeren YouTube Videos von uns auf diesem Kanal dieses Jahr, wobei Ansichtssache, jeder hat seine Präferenz, aber ich finde, gerade wenn die Fotografie technisch immer versierter wird, Stil ist was ganz Wichtiges und Kreativität ist etwas ganz Wichtiges und so ein eigener Stil, wir behaupten von uns, dass wir einen eigenen Stil haben, das kann man eigentlich nur dann, wenn man immer und immer wieder nicht an einem Bild, sondern vielleicht an 100 Bildern erklären kann, dass die ein gewisses Muster haben, dass man auch herleiten kann, warum das Bild so aufgebaut ist und immer wieder aufgebaut werden kann. Also eine wiederkehrende Handschrift, die man auch theoretisch untermauern kann. Und hier habt ihr so einen kleinen Vorgeschmack oder einen kleinen Teil davon bekommen, was für Gedanken wir uns immer machen, wenn wir ein Workshops und in den Städtetouren etc. immer wieder zeigen, anders gucken, anders bearbeiten, anders präsentieren. Ist Geschmackssache. Nicht jeder mag das in dieser Form, aber die Herangehensweise etwas stilistischer auseinander zu nehmen, das gibt es auch bei anderen Stilmitteln, bei anderen Bildlooks gibt es das auch. Und uns persönlich macht das extrem viel Spaß. Und wer mehr zu diesem Thema sehen, lesen möchte, dem empfehlen wir unser absolut brandneues Buch, wo wir super stolz drauf sind, moderne Architekturfotografie, 80 Seiten, eben mit dem großen Theorieteil, etwas, was es in dieser Form so in anderen Büchern glaube ich nicht gibt. Und mit vielen Bildbeispielen, wo wir konkret erklären, was genau hier funktioniert und eben was nicht und warum man es genau so machen sollte und nicht anders. Also für die Leseratten unter euch und für die Fotofreunde unter euch ganz klare Empfehlung. Ansonsten schaut im Shop vorbei, da gibt es auch nochmal jede Menge für jeden etwas, aber unabhängig davon, jetzt anhand dieses Beispiels habt ihr gesehen, wie man auch beim Gestalten des Bildes nochmal zusätzlichen Spaß haben kann, hinten raus, nachdem das Foto entstanden ist. Und so eine Art Spaß wünsche ich euch auch bei euren eigenen Foto und Videoprojekten und wir sehen uns bei einem der nächsten Freitags Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und dringt drüber nach. Ciao.